Musik Hi, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und möchte heute, wie bereits angekündigt, ein paar Kleinigkeiten verschenken. An Tag 1 heute sozusagen gibt es ein paar kleine Beauty-Produkte. Ich finde, die Produkte werden von Woche zu Woche besser, aber das ist natürlich Geschmackssache. Heute habe ich ein paar Kleinigkeiten und eine etwas große Großigkeit. Und zwar valose ich heute alles in einem Paket, die Nivea Cellular Anti-Age Tagespflege. Die durfte ich mal durch ein DM-Produkt testen. Die fand ich ganz toll und habe sie nochmal gekauft. Die gute kostet 14 Euro, wenn ihr die kauft. Und die ist in dem Geschenkpaket dabei. Die mildert Falten, strafft die Haut, verbessert die Zellerneuerung etc. Das ist Produkt Nummer 1. Dann habe ich mit dabei von Bär eine Feigenhandcreme, die in meiner Pinkbox, glaube ich, drin war. Nur irgendwie kann ich ja mit Handcreme nichts anfangen. Das sind 30ml und das kostet so um die 2,50 Euro. Riecht ganz nett. Für mich aber leider nichts. Und deswegen in diesem Paket mit dabei. Und dann, wie ich es sehr, sehr gerne mache, wenn ich Sachen verschenke oder verlose, das haben auch schon die meisten Gewinner mittlerweile bemerkt, packe ich gerne kleine Produktproben mit dabei. Und das mache ich natürlich auch wieder in diesem Fall. Diesmal wird dabei sein von Panthen Provi, eine intensiv 2 Minuten Repair-Kur. Und von Alterna. Ich weiß nicht, ob euch diese Marke bekannt ist. Die kenne ich durch meine ehemalige Friseurin. Und die ist wirklich eine ganz tolle Marke, die auch relativ teuer ist. Ich habe hier einen Volumen-Conditioner. Auch mal zum Ausprobieren. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch. Dann von Nivea noch eine Creme-Dusche, die man mal ausprobieren kann. Und von Paul Mitchell das Shampoo Too, ein Shampoo zur Tiefenreinigung, auch mal zum Probieren. Und dann kommt da noch ein kleines bisschen Lippenstuff dazu. Das ist mein kleines Adventspaket Nummer 1. Alles aus meiner eigenen Tasche für euch bezahlt. In einem Gesamtwert von ca. 17 Euro. Und was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare bitte, was ihr euren Eltern dieses Jahr zu Weihnachten schenkt. Unter allen Teilnehmern verlose ich dieses Beauty-Paket. Und Zeit dafür habt ihr 6 Tage. Also von heute ab bis kommenden Freitag. Und da werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Ich hoffe, die Gewinne sind schön. Wie gesagt, von Woche zu Woche wird es besser. Ich freue mich da auch wirklich schon riesig drauf, wie ihr euch freut. Und hoffe, ihr macht fleißig mit und teilt es auch, dass auch andere die Möglichkeit haben, was zu gewinnen. Und jetzt wünsche ich euch noch mit eurer Familie einen wunderschönen, gemütlichen ersten Advent mit hoffentlich vielen leckeren Keksen und leckerem Tee und Kaffee und warmen Kakao. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss! Tschüss!